Chameleons ist eine englische Gruppe aus Manchester, die haben bis jetzt nur die eine Platte gemacht und auf diese eine Platte, auf einer Nummer, kommt ein Zitat aus dem alten Film vor. Und das haben wir für euch übersetzt. Im Herbst vor dem Winter kommt des Mannes dritter Frühling. Worauf sie sagt, wovon redest du überhaupt? The Chameleons also mit dem Fuss. In his autumn for the winter comes man's last mad surge of youth. What on earth are you talking about? Oh, I'm the one who I feel must be. In my home, I'm out of paper. Oh, I'm out of the edge. But I'm nothing to take yet. Oh, I'm out of paper. Oh, I'm not of everything else. My mum, come on, everything else. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020